Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Angeknabbert Bloodborne. Ich bin Kyrax, aber ihr könnt mich auch gerne den Pokémon-Trainer Nummer 1 nennen, wenn ihr wollt, denn ich habe hier gegen ein riesiges Pikachu anzutreten und dafür habe ich ein kleines bisschen trainiert, liebe Leute. Seit dem letzten Part, in dem ich übelst von diesem komischen Boss verprügelt wurde, habe ich ein paar kleine Levels gemacht, es sind nicht allzu viele, aber ich habe auf jeden Fall meine Vitalität auf 30 gebracht, weil mich dieser Boss hier mit einem einzigen Schlag getötet hat. Das heißt, ich war vielleicht so 90% voll und das hat er mit einem Sprung weggefegt. Es könnte sein, dass ich noch ein bisschen unterlevelt für das Gebiet bin, denn ich kriege allgemein sehr, sehr viel Schaden rein. Ich habe trotzdem vor, das jetzt nochmal auszuprobieren. Also es ist so, dieser Sackboy, der taucht nur auf, wenn ich eine bestimmte Menge von Insight habe. Wenn ich mich dann von ihm verprügeln lasse, dann komme ich eben in dieses optionale Gebiet. Wenn ich jetzt frühzeitig relativ viel Insight habe, dann kann es auch sein, so die Mechanik, dass ich mit einem relativ geringen Level in dieses Gebiet reinkomme. Ich sollte das Gebiet trotzdem spielen, sobald es möglich ist, weil ich, so hat mir Tomatenmann gesagt, später noch einmal dorthin gehen kann und dort Veränderungen sehen kann. Es sieht so ein bisschen so aus, als wäre ich ein kleines bisschen niedrigstufig, vielleicht auch immer noch, aber vielleicht habe ich trotzdem eine reelle Chance, diesen Boss zu plätten. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen Ausdauer bekommen und ich habe auch ein paar weitere Zwillings-Dingsda-Blood-Charts bekommen. Ich kann da nochmal kurz drauf zeigen. Und habe meine Jäger-Axt, hatte ich das nicht schon gemacht? Plus vier? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, ich dachte, ich hätte es nochmal aufgelevelt. Ich kann nochmal ganz kurz hier schauen. Waffe verstärken? Ach, ich kann es nochmal. Ah, ich habe es nicht ohne euch gemacht, aber ich kann es nochmal. Das werde ich jetzt auch tun. Das habe ich einfach beim Seelenfarmen. Ich habe das direkt bei den Sackboys gemacht. Und ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ihr habt mir außerdem gesagt, hier könnte ich dieses Monddings da einbauen. Allerdings geht das jetzt noch nicht, sondern das geht erst später. Ich muss wohl irgendeinen Checkpoint erstmal erreichen, bevor ich das tun kann. Sehr schade, denn ich hätte das gern gemacht. Es hat außerdem eine relativ hitzige Diskussion, na, hitzig war es nicht, aber eine ambitionierte Diskussion darüber stattgefunden, mit welchen Waffen ich kämpfen sollte. Denn dieses Spiel wurde natürlich schon einige Male Let's Played. Und viele Let's Player haben wohl entweder diese Axt hier benutzt oder aber das Ludwigs-Schwert, das ich noch nicht mal habe, das mir aber Mofft wärmstens ans Herz gelegt hat. Und es wurde gesagt, das benutzen zu viele Let's Player und deswegen soll ich doch bitte eine andere Waffe ausprobieren. Ich bin mir allerdings noch unsicher. Zwar hat mir Judy the Fruity und ihr Freund, haben mir beide gesagt, man kriegt so viele Sachen zum Aufwerten, dass man eigentlich alles mal aufwerten kann. Ich habe mir aber auch von anderen sagen lassen, dass das am Ende nicht mehr der Fall ist. Deswegen, ich werde ein paar Waffen ausprobieren. Naja, jetzt sofort nicht, denn ich habe jetzt erstmal den Bosskampf vor mir. Allerdings muss ich halt noch gucken, wie ich an diese Items dafür komme. Warum ich hier stehe, hat einen anderen Grund. Ich wollte ganz gerne noch ein bisschen an meiner Ausrüstung feilen. Ich habe noch was mit Blitzresistenz gesucht. Und im unteren Laden gibt es nichts, aber hier gibt es vielleicht was. Ich habe nämlich gesehen, dass das Gewand von Gascoin immerhin 100 Blitzresistenz hat. Mal ganz kurz gucken, wie viel meins hat. Ja, auch 90. So schlecht ist es gar nicht mal. 90, hier 50, 50, 60 die Schuhe. Okay, gucken wir mal. Gascoins Kappe, 50 hat meine Mütze auch. 40 sogar nur und die Schuhe 50. Das heißt, nur das Gewand könnte mir was bringen. Oh, 70. Ach, ich nehme das mal mit. Warum denn nicht? Ah, 3 Einsicht. Ach, stimmt ja, das geht ja mit Einsicht hier. Okay, ich nehme es aber mal. Einfach auch mal testen, ne? So, obwohl es glaube ich nicht der Blitzschaden war, der mich da fertig gemacht hat. Okay, physische Abwehr geht deutlich runter sogar. Hä? Aber stumpf nicht. Hä? Stumpf und Stich werden besser, aber die allgemeine physische Abwehr, die geht runter. Egal, wir probieren das jetzt einfach mal. Äh, das sieht aber eigentlich ganz cool aus mit dem Schal. Ich glaube, ich sollte das jetzt später mal zusammen kaufen. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, wie ich eigentlich Inside bekomme, aber ich schätze mal, das werden wir schon alles hinbekommen, liebe Leute. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich habe mal wieder längere Zeit nicht gespielt. Ich muss hier immer Pausen machen. Ich werde jetzt vermutlich auch einfach ein paar Folgen in Folge aufnehmen. Ähm, weil ich, ähm, sonst immer zu sehr rauskomme. So, ich bin ein bisschen, ich glaube, hier ist das. Ja, Grabstein des Unsichtbaren, neuer Teleportplatz. Ähm, ich musste das erst suchen. Ich dachte erst, das erste Mal, als ich, ähm, offscreen rausgegangen bin, ich könnte nicht mehr dorthin. Habe mich sogar nochmal von einem Sackboy erschlagen lassen, um wieder dorthin zu kommen, weil man das dann dem anderen Grabstein nicht kann, aber man kriegt einfach einen Teleporter. Also die, die Lampe, die ich da gefunden habe, die bewirkt das. Und jetzt muss ich erst mal mich kurz wieder reinfinden und hoffe dann, dass ich eventuell, ähm, eine etwas bessere Chance gegen den Boss habe. So, genau. Hier an dem hier habe ich dann, hab ich auch gelevelt. Also, was heißt denn? Oh, Kacke. Das ist nicht gut. Okay. Und Bämst. Und, ja, also, es sieht schon so aus, als würde ich ein bisschen was aushalten im Vergleich zu vorher. Dieser Tritt. Oh, es fängt nicht gut an. Oh, oh. Ich wollte heilen und hab einen Kiesel geworfen. Oh mein Gott. Das ist aber nicht so gut, Leute. Wumms. Okay, ja. Das ist halt nach wie vor... Ja, das dachte ich mir schon, dass du sowas machst. Ah. Huh. Erst mal wieder hier die ganzen... Ja, das ist natürlich toll. Ah, ja, okay. Ich glaube fast, das ist so am besten, ha? Gar nicht groß tanzen mit ihm. Blutscheinscherbe brauche ich erstmal nicht. Aber wenn ich später noch ein bisschen aufleveln möchte, dann doch wieder. Ich wurde hier übrigens beim Leveln auch von einem von den Ebern gekillt. Äh. Die sind ganz schön gefährlich, wenn die direkt auf einen zurennen. So. Oh, oh. Ja, das hab ich schon befürchtet. Was macht das denn? Okay. Ja. So. Ich hatte den... Oh, warum hab ich den jetzt live verloren? Ist ja fies. Das wollte ich nicht so gerne. Toll, jetzt, äh, komm ich zum Boss. Ah. Schwamm, schwamm. Und weg ist er. Erstmal wieder reinfinden. Ist gar nicht so leicht, wenn man solchen Abständen aufnimmt. Vielleicht sollte ich doch etwas mehr in Folge trainieren. Also aufnehmen. Damit ich nicht zu sehr rauskomme. Äh, ja. Toll, gleich nochmal ein bisschen Sturzschaden gesammelt. Der Boss war nicht hier. Ach so, ja. Ähm. Ich habe auch Informationen bekommen, äh, was diese Tussi hier betrifft. Äh, scheinbar... Huch, war die nicht hier? Oh, ich bin bestimmt falsch gelaufen gerade einfach. Doch, die waren nur noch weiter unten, oder so. Ja, ja. Äh. Man braucht ein bestimmtes Kleidungsset. Von dem schrecklichen Traum. Namen der heilenden Kirche. Irgendwas damit hat es zu tun, wurde mir gesagt. Ähm. Ich kann jetzt auch gar nicht ins Menü reingehen. Jetzt geht's wieder. Aber ich wüsste nicht... Eisenhelm mit schwarzer Kapuze. Ah, ich glaube, das hat damit nicht... Da habe ich nichts dabei, was dazu gehört. Irgendwas mit der Kirche muss ich anziehen. Also, ich muss keine Kirche anziehen, sondern irgendwas, was mit der Kirche zu tun hat. Und dann kann ich offenbar die zu mir aufnehmen. Äh, allerdings habe ich noch keine Ahnung, woher ich das entsprechende Kleidungsset bekomme. Und deswegen kann ich da erstmal noch nichts machen. So. Ja, toll. Äh, erstmal schön viel an den Blatt, äh, also an diesen Violen da ausgegeben. Sag ich nur noch Blatt, Blatt, Blatt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich meine... Ja, ja. Ja, das war ja hier. Uh. Hm. Bams, Bams. Hm. Oh, oh. Hui. Achso. Ich müsste vielleicht noch mal ganz kurz was schauen. Denn eventuell ist meine Waffe noch zu beschädigt, um gegen den jetzt zu kämpfen. Wie sieht's denn aus? Nö. Das ist noch gut. Die ist noch gut. Scheinlich repariert zu haben. Das ist schön. Ich habe große Angst vor diesem Boss, denn ich fühle mich viel zu schwach für ihn. Huh. Huh. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin extra gerollt. Da... Die ist einfach hinterher. Aber ich meine, das hat jetzt deutlich... Oh, nee. Doch, nicht so viel weniger weggenommen als früher. Ist immer noch sehr gefährlich. Okay. Und nochmal. Sind eigentlich nicht so gefähr... Ah, ja. Stimmt. Ihr steht ja auch wieder auf. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir so ein paar Violen, ja, sehr schön zurückgebt. Denn die brauche ich. Ah. Tschöp, tschöp. Okay, der ist weg. Okay. Gebt mir noch ein paar Violen, bitte. Jungs, ich brauche das. Da sind noch zwei von den Boys unterwegs. Da drüben stehen sie. Oh, einer hat mich auch schon gerochen. Ähm. Also hier seht, man kriegt schon gut Seelen hier zusammen. Die nächsten Male werde ich vielleicht aber trotzdem... Ich weiß noch nicht, ob ich Schnitte reinmache und die trotzdem umbringe, damit ich noch so ein paar von den Ressourcen bekomme. Also von diesen Shards. Oder ob ich jetzt einfach mal durchrenne. Denn gegen die zu kämpfen, wird mich nur weiter schwächen. Und ich habe schon nicht so viele Wiles übrig. Oh, einer ist weg, hm? Ist der mir echt hinterhergerannt, der Depp? Der Deppomatrix so? Ich glaube, das ist am besten. Oh. So viel dazu. Ah, ich glaube, ich renne durch. Das bringt ja nichts. Ich meine, klar, ich kriege die schon platt. Aber es bringt ja nichts, mich groß hier noch weiter zu schwächen, wenn ich eigentlich einen Boss vorhabe. Okay. Deswegen gehe ich jetzt erstmal durch und kann mich später immer nochmal mit dem beschäftigen. Wo war es hier lang? Hier lang. Die werden mir nicht ewig folgen, nehme ich mal an. Wahrscheinlich nicht mal hier runter. Hier könnte ich wieder nur Hilfe beschweren, aber wir haben ihn noch gar nicht ernsthaft probiert. Er hat uns nur ernsthaft zerkloppt. Weil wir so schwach sind gegen ihn. Nehme ich das jetzt nochmal mit rein. Ne. Ja, das ist halt auch noch so eine Frage, ne? Große Waffe, kleine Waffen. Mit der kleinen könnte ich kontern. Die große haut schon ganz gut rein. Wie benutze ich den Gegenstand nochmal? So. Dann gehen wir mal rein. Probieren es einfach nochmal. Okay. Das war genau die Attacke, die mich, glaube ich, das letzte Mal gekillt hat. Boah, er kriegt auch gar nicht mal so viel Schaden. Boah. Aber das macht nicht so viel. Ah, okay. Oh, weg hier. Weg hier. Roll, roll. Ah. Horstmeier. Boah. Okay. Der kriegt gar keinen Schaden, die Sau. Huh. Boah. Erstmal rein. Oh, oh. Essen, essen. Boah. Das gibt es nicht. Dieser Angriff ist so derartig stark. Also, ich sehe gegen diesen Boss einfach momentan überhaupt kein Licht. Ich sehe das einfach nicht. Die normalen Attacken von ihm sind gar nicht mal so stark. Aber der springt und ich roll schon immer zur Seite. Aber das trifft trotzdem, weil das so ein Flächenangriff ist. Und macht mich einfach sofort platt. Dabei habe ich jetzt wirklich eine ganze Menge mehr. Das ist auch kein Blitzschaden. Das muss physischer Schaden sein. Ja, das macht es mir echt nicht gerade leicht im Augenblick. Na toll. Na komm. Ich glaube, jetzt am besten nochmal so. Jawohl. Das haut gut rein. Jetzt wird er sich verwandeln. Oh. Verrechnet der mit sowas? Okay. Und nochmal. Ach, der ist schon tot. Okay. Okay. Die geben mir jetzt aber auch nicht mehr so viel. Sollte ich den überhaupt machen? Das hält mich nur auf. Ich möchte den Blitzboss trotzdem noch weiter probieren. Denn irgendwie... Oh. Schlüpp. Puh. Irgendwie nervt mich das. Oh, drei von den Zwillingsdingsen da scherben. Das ist schon mal ganz geil. Es nervt mich total, dass der mich so fertig macht. Das habe ich ja noch nie bei einem... Bei einem Souls-Spiel gehabt. Das heißt klar, bei den ganz starken Superbossen. Da gibt es das natürlich schon. Aber auch die haben normalerweise nicht ganz so schnell gekillt. Ah. Okay. Er hat mich zwar erwischt. Das ist irgendwie ein fieser Überfall, muss ich mal sagen. Ich mache aber auch kaum Schaden an ihm. Obwohl meine Waffe eigentlich repariert ist. Oh. Ja, dann mache ich wohl dich zuerst, wenn du zuerst aufstehen möchtest. Also bin ich momentan noch ratlos. Und ich traue mich nicht später hinzugehen. Weil ich Angst habe, dass ich dann etwas Wichtiges verpasse. Hat er nichts fallen gelassen? Nee, hat er nicht. Okay. Rennen wir einfach nochmal durch und probieren es direkt nochmal. Okay. Aber ich sehe da wirklich... Ich sehe kein Licht. Also, wie viel Schaden habe ich gemacht? 100? Das war ja nichts. Das hat ja überhaupt nichts gemacht. Da steht er wieder bereit. Und wenn er einmal auf mich drauf springt, bin ich halt Geschichte. Okay. Okay. Und... Ah, okay. Hup. Nein. Ich gehe lieber drunter. Obwohl ich da nichts mehr sehe. Oh ja, jetzt macht er das. Gleich nochmal. Gemein. Und... Vorn, vorn. Nee, das bringt nicht so viel. Oh, rein da und essen. Essen. Äh. Warum macht er nichts? Nochmal. Oh, was habe ich gemacht? Staggern? Jetzt? Ah. Okay. Ah, Hilfe. Okay. Jetzt springt er bestimmt. Nee. Hä? Wie mache ich das nochmal mit dem Stagger-Schaden? Ah. Okay. Jetzt hat er, glaube ich, einen Buff gemacht. Ah. Heilig. Bitch. Okay. Oh, oh, oh. Das ist stark, das Ding. Da heilen wir lieber direkt. Ah. Wie mache ich das jetzt? Komm. Oh Gott, ich kriege es nicht hin. Okay, jetzt zieht er sich zurück. Ah ja, okay. Okay. Weg hier. Das macht mir... Oh, ist das... Ist das ein Schaden, der da reinkommt? Gut. Okay. Und? Weg. Weg. Das gibt es nicht. Was hat das denn für eine Fläche? Die Reichweite von dem Ding ist einfach zu groß. Und jetzt hat... Der macht das ja dauernd hier. Okay, schon wieder. Aber ich weiß einfach nicht... Ach, von vorne habt ihr, glaube ich, mal gesagt. Okay. Ausdauer fehlt. Okay. Schnell noch. Drei ist es reingehauen. Jawohl. Okay. Boah. Funken-Jäger-Abzeichen. Alter Verwalter. Okay. Vielleicht habe ich es doch falsch eingeschätzt. Diese Sprungattacke und vielleicht das Explodieren waren die einzigen Attacken, die mich wirklich sofort killen konnten. Ich glaube, das Explodieren hätte mich jedes Mal umgebracht, hätte ich nicht meine Ausdauer weiter erhöht. Das heißt, ganz falsch war es jetzt nicht. Ach, da sind sogar noch ein paar Seelen von eben. Ganz vergessen. Allerdings, meine Fresse. Der hat schon ganz schön reingehauen. Was blöd ist, ich... Ihr habt mir gesagt, ich muss das Staggern unbedingt nutzen. Er ist ein paar Mal hingefallen und ich glaube, das war schon das Staggern. Allerdings wusste ich nicht, wohin ich gehen soll und auch nicht genau, was ich drücken sollte. Also, das sicherlich nicht. Ich glaube, ihr habt immer gesagt R1. Aber ich wusste nicht ganz genau... Ich weiß einfach noch nicht so ganz genau, wie es geht bei solchen Bossen gerade, wo so viel Fläche da ist. Egal. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz heim. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Naja, vierter Versuch, aber die ersten drei, die waren ja echt scheiße. Die waren ja echt scheiße. Leute, aber wir haben es geschafft. Ich bin jetzt erstmal ganz froh. Ich würde glauben, wenn man diesen Boss versteht, ist er gar nicht mal so hart, weil er sich offenbar relativ leicht steigern lässt. Wenn man ihn allerdings nicht versteht, wie ich das getan habe... Ach, guck mal, ich habe wieder zwölf Insight. Dann ist er durchaus eine Herausforderung. So, ich habe, glaube ich, ein neues Jägerabzeichen bekommen. Heißt das, dass ich hier jetzt wieder was kaufen kann? Mal gucken. Oh. Ich habe keine Blutviolen mehr über. Alter Verwalder. Das ist aber nicht so schön. Da muss ich später vielleicht mal welche kaufen, aber nicht sofort. Ähm, ist halt die Frage... Oh, 13 habe ich gelagert davon. Keinen im Besitz. Ah. Blitzpapier ist auch sehr geil, aber das ist, glaube ich, das, was ich habe, oder? Schon. Ähm. So, vielleicht hier was Neues? Ach so, das war der... Guck mal, wie teuer das Ding ist. Hm. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Waffe, oder? Es geht auch eher auf Stärke. Ist das nicht so, wenn man das mit Blitz lädt, hat man immer noch in der anderen Hand die Waffe? Das heißt, theoretisch könnte man das miteinander kombinieren. Aber es hat einen Attributsbonus mit Arkan. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob ich vielleicht auf diese Waffe mal gehen sollte. Obwohl ich Waffen mit geringer Reichweite normalerweise nicht so mag. Also ich glaube, das war wirklich nur das. Ähm. Wir sollten jetzt erstmal unsere Seelen verpusten. Entschuldigung, Blutechos verpusten. Ich wünsche mir, von der ein paar Blutechos zu kanalisieren. Meine liebe Gute. Ähm. Ja, wie viel schaffe ich? Drei Levels höchstens. Drei Levels genau. Erstmal noch ein bisschen auf Angriff. Aber guck mal, so viel steigert das gar nicht an Angriff. Wie ist es denn hiermit? Gar nicht. Hm. Trotzdem auf Dauer macht das schon was aus, denke ich mal. Aber es ist halt auch eine Frage, sollte ich das hier auch mal machen? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Stärke auf 30. Das bringt echt nicht so wahnsinnig viel. Ach so. Die rechte Waffe Nummer 1 ist, glaube ich, die Stromwaffe. Die habe ich noch ausgerüstet. Die Nummer 2 ist die andere. Deswegen gibt es auch vier Punkte dazu. Geschick. Gibt es drei Punkte dazu. Skaliert halt anders. Na, dann machen wir das erstmal. Wir machen das erstmal. Ist doch in Ordnung, Leute. Zack. So, dann fühlen wir uns erstmal sicher. Können hier in der Gegend rumlaufen, verlieren nicht so viel. Ja, leb wohl. Jetzt frage ich mich nur, ähm, ist das die Kathedrale, von der die redet? Ne, die Kirche ist bestimmt später. Wurde mir nicht gesagt, ich komme später dorthin. Oh. Momentchen. Warum? Kein Ort zum Aufwachen. Friedhof der Dunkelbestie. Ist das das, was ich eben hatte? Warum ist das der Grabstein und nicht der andere? Ist ja egal. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Habe mir übrigens sagen lassen, dieses Spiel hatte früher mal ein Problem mit den Ladezeiten. Sehr, sehr lange Ladezeiten soll das gehabt haben. Und das wurde dann mit Patches behoben. Ich frage mich wirklich, wie das geht. Haben sie es erst scheiße programmiert und dann gut? Ich finde die Ladezeiten jetzt nicht auffällig lang. Wie lang sieht man hier ja gerade. Und wir sind genau richtig hier. Da sind wir hergekommen. Gucken wir erstmal da hinten lang. Das verdanken wir Arcanis. Ja, meinetwegen. Hier. Ich urteile ganz gerne andere ab und zu positiv. Ganz einfach, weil ich es nett finde, anderen so ein bisschen zu helfen. Auch wenn sie teilweise Schwachsinn sagen. Wenn das ist wie in Dark Souls 3, dann sind die negativen Bewertungen trotzdem hilfreich für die Leute. Das müsste man einfach mal testen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt hier weitertraue. Boah, es ist so hart hier alles. Hinweis ansehen. Bitte übernimm für mich. Okay. Huch. Achso, ich dachte, er hätte sich gerade aufgelöst. Mal sehen, ob das jetzt ein ganz neues Gebiet ist oder wie das hier gemeint ist. Oder sollte ich jetzt überhaupt hier weitermachen oder sollte ich irgendwo anders weitermachen? Also, ich meine, ich habe hier noch den normalen Weg, oder? Zumal es ja hier doch ganz schön abging. Ah. Hä? Ah! Guckt mal! Das ist doch wieder der Anfang. Das sind die Wehrwölfe. Also, nicht der Anfang, sondern das war vor dem letzten Boss, glaube ich. Äh, gleichzeitig möchte ich die trotzdem nicht unbedingt machen. Obwohl ich deutlich stärker sein sollte als vorher. Äh. Ah, schon wieder. Schon wieder das gleiche Problem wie immer. Oh. Oh. Das ist aber nicht so gut, wenn da von da oben auch noch welche kommen. Oh. Und. Schwamm, schwamm. Jetzt ist der Wehrwolf aber noch da. Oi, oi, oi. Die halten ja immer noch ganz schön was aus. Aber die Wehrwölfe dafür nicht. Hm. Okay. Na gut. Dann eben so. Dann eben so. Machen wir den anderen Wehrwolf auch noch. Können zurückgehen. Also, es war tatsächlich nur eine... Äh. Ein Weg zurück in den Bereich, den wir schon kannten. Au. Wirst du das bitte lassen, mein Freund? So. Blutsteinscherben. Ja, können wir benutzen, um später noch so ein bisschen Kleinigkeiten einzusacken. Dann gehe ich erstmal hier zurück. Ähm. Theoretisch könnte man diese Zwillingsdingsen da... Jaja, das ist... Ach, das hätte ich ja auch früher erkennen können. Da hat also die ganze Zeit ein fieser Boss gewartet. Ähm. Ach, da komme ich aber gar nicht mehr hoch. Hm. Hm. Jetzt muss ich mir... Jetzt muss es leider nochmal zwei Ladebildschirme geben. Sorry, Leute. Also, wenn ich eine Kritik gegenüber anderen Dark Souls-Spielen auch äußern sollte, dann wäre das sicherlich das Teleport-System hier. Das einfach mega umständlich ist. Ähm. Es ist jetzt nicht spielzerstörend, aber es ist auf jeden Fall so ein kleines bisschen nervig. Äh. Man hat hier auch überhaupt keine Anzeige, wo man ankommt. Kirche des guten Kirchs. Momentchen. Kirche? Kriege ich da vielleicht Klamotten her? Ha. Gehen wir doch erstmal hier hin. In die Kirche des Guter Gauchs. Hm. Also, es ist einfach so ein bisschen umständlich, sich immer erstens in den Traum des Jägers zu teleportieren und von dort aus dann wieder zurück zu dem Ort, der es eventuell sein könnte, aber weil man keine Anzeige hat, wie in Dark Souls 3 zumindest, wie der Ort aussieht. Ähm. Jetzt muss ich mich mal... Das war doch, wo ich das eine Biest, das Bluthunger, die Bluthunger eine Bestie besiegt habe. Das bringt mich hier nicht weiter. Hier geriehe ich auch keine neuen Klamotten. Ja, Leute, sorry. Ich mache euch jetzt einen kurzen Schnitt rein, damit wir noch fünf Minuten ohne Ladebildschirm zurechtkommen. Ähm. Denn hier... Das heißt, vielleicht habe ich was dahinter. Hatte ich, glaube ich, sogar schon. Denn hier werden wir keine neuen Klamotten bekommen, denke ich mal. So, also kurzer Schnitt und ich schaue, wo es weitergeht. Ah, Leute, da sind wir. Das ist richtig. Also, Kathedralenbezirk, aus der Tür raus. Ich erinnere mich, hier wurde ich ja von dem Sackboy angegriffen. Ähm. Von dem ich mich sofort habe schnappen lassen. Deswegen müsste es eigentlich hier weitergehen. Ähm. So, erstmal du. Ich hoffe, ich... Der stand da immer. Das heißt, jetzt ist er wohl nicht mehr... Bin ich wohl nicht mehr... Ach, nee, da ist er. Genau. Das war der. Und vor denen muss ich mich durchaus ein bisschen in Acht nehmen. Boah. Genau deswegen. Sie sind Bastardos. Aber so geht es natürlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also gar nicht erst so richtig zum Zug kommen lassen. Natürlich hat er mich jetzt trotzdem erwischt. Aber es war nicht allzu konsequenzenreich. Ach, hier war ein Vögler. Ja, ich bräuchte echt mal Blutviolen. Ah, kommt... War das so ein Schütze? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oder doch? Okay. Ah, einfach draufhauen. Was soll's. Keine große Show machen, Alter. Okay. Hat mir aber auch nichts gegeben. Und noch mal. Gut. Den hätten wir auch. Richtig. Das war diese Abkürzung, die ich da nach hinten gelaufen bin. Du bist nur ein Geist, oder? Ja. Kein Jäger, kein Böser. Genau. Ja. Und das war der Bereich, in dem ich eigentlich aufgehört hatte. Gibt's hier irgendwo Feinde? Hier kann ich hochgehen. Ich glaube, da vorne ist der eigentliche Weg gewesen. Und hier geht's auch noch mal weiter. Ju, dann gehen wir hoch. Leiter. Okay. Ah, hier hab ich immer so ein Piepsen im Ohr von diesem Level. Irgendwas gelockt da. Betäubender Nebel. Können wir gleich mal gucken, was das ist. Erstmal in die Gegend absichern. Hier geht's wieder runter, oder was? Ach, da kann ich aufs Dach springen, wie's aussieht. Weiß nur nicht, ob das tödlich endet. Verdammt weiter Sturz. Ich glaube, das ist nur zum Trollen, oder? Das überleben wir nicht. Was hab ich... Was war das für ein betäubender Nebel da? Für eine Nebelwolke, die GP-Regeneration verhindert. Das heißt, eigentlich ein PvP-Item. Ich hoffe übrigens, dass wir nicht auf allzu viele PvP-Gegner treffen. Denn im PvP bin ich nicht so schee. Okay. Wie komm ich denn an dieses Item an dem Baum da? War da nicht... Hä? Ach nee, daneben. Von der Hinterseite komm ich nicht. Ich dachte, es hing im Baum. Na gut, dann werden wir das schon ein Weg finden. Eventuell. So, da ist der Sensenmann. Der es gut mit seiner Sense kann. Dickes Kaltblut. Dankeschön dafür. Okay, an den schleichen wir uns hier ran. Warum läufst du denn jetzt weg? Hallo. Okay, nochmal. Wie sieht es aus? Oder vielleicht so? Oh. Wer hätte denn damit gerechnet, dass der jetzt gleich noch einer um die Ecke zischt? Tja. Fum, fum. Und dann sogar noch ein dritter. Alter Verwalter. Ihr seid aber auch wirklich hartnäckig, ihr Jungs. So. Also jetzt bin ich für diesen Bereich, habe ich das Gefühl, eigentlich relativ gut gerüstet. Und habe auch schon wieder ein paar Violen zurück. Ach, der hat, glaube ich, auch was. Nee, es ist nur seine Lampe, die leuchtet so schön. Hm. Wo ist er denn hin? Der Marsch-Typi von oben gerade. Oh ja, endlich wieder so ein bisschen was ins Tag. Ähm. Ja, da unten bist du. Kann ich auf dich so draufhücken? Oder mache ich mich damit nur... Nee, ich möchte es probieren. Aha. Oh. Oh, Alter. Oh, ich möchte das... Ich kriege es nicht hin. Ich bin einfach zu saudumm für... Bist du immer noch am Leben? Und wer schießt da? Und warum liegt dir eigentlich Stroh? Blut, wir holen. Den habe ich erst gar nicht gesehen, den Schützen. Wo kommst du her? Hm. Oh. Hat sich nicht staggern lassen. Plumps. Aber jetzt ist er gepurzelt. Rup. Okay. Hast du was für mich? Ja. Ja. Quecks übergoogeln. Okay. Ja, ich würde ganz gerne den Flammenwerfer, glaube ich, mal ausprobieren. Das vergesse ich nur immer, wenn ich unterwegs bin. Na gut. Probieren wir es erst mal hier weiter. Erst mal sehe ich hier nichts von... Interesse. Fühlt sich mal schlecht an, wenn man einen Part an der Stelle beenden muss, wo man ihn schon mal beendet hat. Oh, was hat der denn für eine Waffe dabei? Will der mich kreuzigen, oder was? Na, dann komm mal hierher. Testen wir das einfach mal. Okay. Er hält auch etwas mehr aus, wie es aussieht. Nächster, bitte. Oh, oh. Jetzt hätte ich das, glaube ich, fast geschafft, mir hier einen reinzubürgen damit. Blutviolen. Yay. Okay. Lieber gar nicht erst richtig rausfinden, was die können. Das kann ja nur schief gehen. Ich habe auch immer noch die Tussi, der ich helfen muss in diesem einen Ort. Erinnert ihr euch da dran? Irgendwo war die da in der Pampa? Ich traue diesen Statuen nicht. Eine von denen schlägt doch gleich auch nicht ein, oder? Hä? Hier geht es ja weiter. Ich dachte, das wäre nur ein Schätzchen. Blutunterlaufener Augapfel. Wenn ein normaler Augapfel mal nicht blutunterlaufen genug ist. So. Finde ich aber nicht. Oder habe ich es gerade übersehen? Achso, vielleicht bei den anderen. Hier nicht. Eine Waffe ist es schon mal nicht. Vielleicht hier dabei? Schade, nein. Das wäre witzig gewesen. Uh. Was ist das? Zu benutzen wählen. Blutechos 1000. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Anzeigen. Ritualkerche aus der Kirche des Guten Kirchs. Verwenden die ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers? Und bricht das Siegel des alten Untergrundlabyrinths, auf das der Kerch das Grab der Götter freilegt, auf das Blut der Jäger nähre. Und auf das du an der Kommunion teilnimmst. Was? Wovon reden die? Hä? Verwenden die ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers? Okay. Muss ich mal ausprobieren. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah. Gehen wir erstmal absichern alles. Scheint nichts zu sein. Ich sehe keine Feinde. Zeichen eines starken Jägers. Okay. Cool. Ich kann auch nichts anklicken. Ist das jetzt schon wieder hier falsch oder ist das richtig? Der Tröpfelz. Da ist jemand gestorben, glaube ich. Oder? Vorsicht vor Korruption. Hm. Tja, Leute. Wir können hier das nächste Mal mal weitermachen. Der Part ist jetzt leider zu Ende. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe viel zu korrumpierter Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.